Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und Jo. Gestern ist ja rausgekommen, also was heißt es rausgekommen, das Entwickler-Update-Video von Darian und dem anderen Kollegen dort, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aber er war wohl doch Entwickler oder ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was er genau, aber er hat sich ja auch vorgestellt und die beiden haben hier die Clans-Stadt vorgestellt, also ist das wirklich ein großes Update. Ich habe das ja in meinem Thumbnail schon angefragt, eigentlich ist es mir zu groß. Natürlich kann ein Update gar nicht groß genug sein bei Clash of Clans, denn wir haben schon lange nichts Großartiges mehr hier gehabt, aber erstmal, ich hoffe ihr habt das Video auch gesehen, also ich war bei der Premiere mit dabei, über 75.000 Zuschauer haben es glaube ich auch gesehen und waren auch echt überrascht, was da dann kam. Aber ist das wirklich so neu? Ich muss das jetzt mal ganz, ganz hart hinterfragen. Ich habe heute mal über alle Games von Supercell geschaut und habe mir dort so ein paar Sachen angeguckt und muss natürlich so ein bisschen die Parallelen feststellen, dass es diese Clans-Stadt, ich nenne sie jetzt nach wie vor mal so, schon in ähnlicher Form in anderen Spielen von Supercell gibt. Natürlich jetzt nicht genau so, aber halt so ein Ladder-Format, so ein Aufbau-Format, wo die ganze Gilde oder der ganze Clan daran teilnehmen muss oder teilnehmen kann. Und auch was so einige Sachen angeht, hat man das Rad sicherlich nicht neu erfunden. Aber warum ist mir das Update eigentlich zu groß? Ihr seht das natürlich jetzt im Moment nicht, aber wir haben unheimlich viel Material bekommen, um unsere Videos wieder zu gestalten. Finde ich auch sehr, sehr gut. Dafür nochmal danke an Supercell und dem ganzen Team, die das Ganze auch immer für uns dann letztendlich zusammenstellen. Aber ich will euch das kurz einmal vor Augen halten oder zeigen, was ich eigentlich meine. Und zwar gehen wir da wieder auf mein Heiligtum. Da sind wir wieder auf dem Desktop. Und ihr seht das schon, ich habe das Ganze mal so ein bisschen entpackt, was eigentlich alles in diesem Update kommt. Und es gibt also hier Buildings, es gibt Defenses, es gibt Ruins. Also mit Ruinen sind so Büsche und Bäumchen genannt. Und es gibt natürlich dann die verschiedenen Sachen, die wir gestern auch schon gesehen haben in dem Video. Gucken wir uns aber gleich auch ganz, ganz, ganz in Ruhe mal an. Und es gibt natürlich Altbekanntes, muss man ganz klar sagen. Hier Battle Ram, die Truppe kommt aus Clash Royale. Und die anderen kommen natürlich aus Clash of Clans. Das sind die Altbekannten hier. Supermiker, Superriese, Superbarbar. Und den Grand Builder, den gab es natürlich noch nicht. Aber wir wissen, er ist hier der große, ich sage mal so, Werkstattmeister für die Clanstadt. Und wir haben auch ein kleines Schiff, was es damit auf sich hat, komme ich gleich mal zu. Und wir haben auch ein etwas größeres Schiff gehabt. Es gibt so eine kleine neue Insel dabei. Ich gehe mal davon aus, wenn man da draufklickt, dann kommt man in die Clanstadt-Option rein. Aber es gibt halt unheimlich viele neue Sachen hier. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen wenigstens darzustellen. Aber ihr seht das hier, es gibt verschiedene Baracken, es gibt verschiedene Arten der Häuser. Klar, je nach Ausbaustufe, wie das Clanhaus jetzt ausgebaut ist, so verändert es sich auch wieder im Design. Aber es ist halt für mich als Content Creator unheimlich viel. Hier seht ihr die ganzen Defenses in den verschiedenen Leveln. Und auch da kommen ja so ein paar neue Sachen auf und zu, die es jetzt noch nicht so gibt. So ein Blasbo hier zum Beispiel oder aber hier auch diese Minentraps, also diese Fallen und Megaminen. Ich meine, okay, die kennt man jetzt natürlich vom Nachtdorf. Aber man hat hier letztendlich alles so ein bisschen, ich will nicht sagen zusammengewürfelt, aber man hat Bekanntes natürlich genommen und hat da ein bisschen was Neues dazu gemixt, würde ich mal sagen. Ich kann mich da ganz, ganz schlecht ausdrücken, was ich eigentlich meine. Und hat das Rad natürlich nicht ganz, ganz neu erfunden. Aber hier seht ihr auch Büsche und Bäume hier, beziehungsweise so bewachsene Sachen. Was das Ganze noch so auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall witzig aus, wenn die ganzen Sachen alle bewachsen sind. Keine Ahnung, ob die sich dann erst, sage ich mal, ob die jetzt getarnt sind. Kann ja sein. Keine Ahnung. Aber es ist halt unheimlich viel, was hier an Stuff auf uns zukam oder auf uns zukommt. Und auch die, ich will es mal aufmachen hier. Nicht neu, sondern ich muss das mal mit Öffnen mitmachen. Sonst öffnet sich immer mein Photoshop. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch die ganz neue, ja teilweise die neue Währung, die auch mit ins Spiel kommt. Aber auch da komme ich gleich nochmal ein bisschen zu. Aber es ist schon wirklich eine ganze, ganze Menge, was da auch von zukommt. Und das jetzt heute in so ein Video reinzuschneiden. Ich meine, die Bildchen, die kennen wir alle, die werden wir alle zuhause sehen. Und ich muss das Rad jetzt auch nicht neu erfinden, um euch zu erklären, beziehungsweise um euch das nochmal zu erklären, was denn gestern eigentlich gelaufen ist. Klar, was ist gestern gelaufen? Also erstmal ist gelaufen, dass man das Ganze anlocken kann hier. Ich habe das mal, ich öffne einfach mal die Videos. Also der ist jetzt Town Hall Level 5, haben wir gerade gesehen. Und das Ganze wird entlockt, wenn man Town Hall, also Rathausstufe 6 ist. Ab da geht das Ganze dann los. Und ab da kann man das Ganze, oder da kann man dann mitmischen. So würde ich es mal sagen, weil wenn er jetzt da gleich drauf geht, dann wird ihm auch gesagt, du musst Rathaus Level 6 sein. Also Clan Kapitel, oder Kapitel Unlocks at Town Hall 6. Und dementsprechend musst du natürlich erstmal ein 6er Rathaus haben, um überhaupt in diese Option reinzukommen. Und man kann das natürlich dann auch auf verschiedenen Sachen freischalten. Und ihr seht, dass da unten wird dann auch schon das Ganze so ein bisschen anders farbig. Und hier sieht man auch, wie die Sachen so ein bisschen aufgebaut sind. Also diese ganze Clan Stadt hier ist so ein bisschen in sogenannte Distrikte eingelegt. Das heißt also so, ich will mal so sagen, wie hier so eine Stadt. Und du hast so Vorstädte, die musst du alle erstmal entlocken. Das heißt also, da müssen alle mit dran arbeiten, dass man letztendlich seine Clan Stadt am besten aufbaut. Und finde ich sehr, sehr gut. Also hier eine dritte Option reinzubringen, neben dem Hauptdorf, neben dem Nachtdorf. Jetzt das Ganze hier mit der Clan Stadt. Und also halt, ich muss das da machen. Und ihr seht da oben auch schon oben rechts die neue Währung. Und ja, es ist im Moment kein Update in Progress. Also es sind ja so ähnliche Sachen, die wir eigentlich schon kennen. Und allerdings, ja, wenn man dann reingeht, ich glaube, da können alle reingehen. Da bin ich mal gespannt, wie das überhaupt vonstatten geht. Wer hier designen kann und wer was bilden, also wer überhaupt was entlocken kann. Und wie da das Ganze hier mit, ich sag mal, mit den Ältesten, mit den Viezen und mit den auch normalen Membern eigentlich funktioniert. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und es gibt natürlich, ja, die Forge hier. Das ist letztendlich das Schiff neben dem Schiff. Beziehungsweise nicht das Schiff neben dem Schiff, sondern diese kleine schwebende Insel. Und das ist dann wahrscheinlich auch das, was wir nämlich im Video gesehen haben. Denn in einem der Videos kam dann ja auch der vermeintliche Golem vor. Nämlich als, ich denke mal, so als Held. Und ihr seht das aber hier. Es gibt unheimlich viel zu tun. Und du kannst natürlich wieder Gold oder Elex nehmen oder Dunkles. Je nachdem, was du jetzt gerade über hast. Bauarbeiter Gold oder Elex. Bauarbeiter Elex hier. Also es kann hier letztendlich alles, sag ich mal, vercraftet werden. Finde ich sehr, sehr gut. Dass man alle Ressourcen hier nutzen kann. Je nachdem, was man gerade über hat. Und vermutlich, es gibt noch keinen Verschnellbesserer. Aber ihr seht, man kann das Ganze auch mit Gems ganz, ganz schnell freischalten. Und jetzt macht er sich auch daran, der Bilder. Also das ist unser altbekannter Bilder, den wir ja schon kennen. Und dementsprechend muss ich jetzt mal gerade gucken, wo wir eigentlich waren. Genau, hier haben wir die neuen Sachen, die es auch gibt. Es gibt jetzt Weekly Deals. Es gibt was Freies dabei. Und es gibt jetzt mehrere Sachen mal zu kaufen. Also das switcht dann nicht mehr täglich, sondern das ist ein Wochendeal, den man machen kann. Da kann man sich das überlegen. Und ihr seht, man kann das auch dann mit den Raid Metals bezahlen. Das ist ja eine neue Währung, die man hier erspielen kann. Und finde ich auch sehr, sehr gut, dass es nicht alles jetzt um Gems geht oder um Gold und Elex. Sondern du kannst dir auch gewisse Sachen jetzt mit den Raid Medaillen holen. Und das ist natürlich so ein bisschen Anlehnung an die Medaillen, die man jetzt schon hat. Mit denen kann man ja auch was kaufen mit den War Medals. Und hier sehen wir dann auch die Clan Castle Donations. Also man kann sich ja jetzt selber Truppen spenden, wenn man denn keine bekommt. Das Ganze kostet natürlich auch was. Aber man kann es einfach so auswählen, wie man gerne möchte. Und dann fordert man an. Und wenn man es denn jetzt nicht selber hat, beziehungsweise wenn jetzt keiner da ist, dann kann ich mir das einfach selber spenden. Indem ich dann die Medaillen oder die neue Währung dafür einsetze. Und habe so immer das, ja, ich meine das ist natürlich eigentlich so ein bisschen doof, weil die Leute leben ja so ein bisschen beim Leveln von denen da. Habt ihr es gerade gesehen? Hier sehen wir es. 1340 Medaillen kostet oder hat er. Und 10 braucht er, um den einen Drachen hier jetzt quasi zu bezahlen. Und ich weiß natürlich nicht, ob meine eigenen Spenden da jetzt hochgehen. Oder ich meine, es können jetzt keine anderen Spenden hochgehen von jemand anders. Denn viele leben ja von den Spenden und leben auch mit den Leveln. Kommen ja auch letztendlich die oder mit den Spenden kommen ja auch die Level. Gar keine Frage. Wir haben hier verschiedene, ja, ihr seht das schon. Es ist unheimlich viel. Ich kann euch gar nicht alles zeigen, würde ich fast mal so sagen. Und das ist Max Level, Level 1. Okay, also es gibt hier verschiedene Previews. Wir haben ja also das Barbaren Camp. Und das ist also ein District Hall, also so ein Vorort. Und hier können wir so ein paar Sachen ausbauen, beziehungsweise dann auch leveln. Und hier sieht man das jetzt quasi auf der ersten Stufe, also so, ja, wenn es dann beginnt. Und das Ganze muss erst mal freigeschaltet werden, verschiedene Ruins. Und aha, okay, die sind also jetzt noch verpackt. Und wenn man sie dann anlockt, dann haben wir es. Dann geht der ganze Rasen da rum weg und der ganze Bewuchs. Und hier seht ihr dann auch, dass man die Verteidigungsanlagen dann wieder bauen kann. Also hier gibt es sicherlich wieder reichlich für die Basebilder zu tun. Ich bin mal gespannt, ob man auch die Designs dieser Dinger hier anpassen kann, dieser Welten, dieser Clanstätte. Oder ob das jetzt erst mal so bleibt und man muss das so nehmen, wie es ist. Aber ihr seht, schon hier hinten im hinteren Bereich gibt es schon ganz, ganz vieles, was man dort ausbauen kann. Und das war jetzt Level 1. Wir schauen mal nach Level 2 rein. Also ist das Ganze schon mal anlockt. Und ja, das wird dann schon so ein bisschen größer, ein bisschen ausführlicher. Und ich meine, es ist ja nach wie vor ein normales Aufbauspiel. Und ich bin aber mal gespannt, wie man da mit vielen dran arbeitet. Das ist ja jetzt ein richtiges Projekt. Ja, das ist ein richtiges Clan-Projekt, diese Sachen hier auszubauen. Und dann geht es natürlich irgendwann in die Kämpfe. Was haben wir da? Attack 2, das ist jetzt Max-Level hier. Und so sieht das Ganze also in voller Ausbaustufe aus. Und ihr seht auch schon oben, dass es da unheimlich viele noch mehr Defense-Gebäude gibt. Und noch mehr, was man letztendlich bauen kann. Camps, Baracken, alle ausgebaut und so weiter. Und dementsprechend bin ich da wirklich mal gespannt, wie so ein Projekt denn eigentlich hier aussieht. Ob es da auch, ich denke mal, da wird es auch Roadmaps wieder geben. Was baue ich als erstes? Was baue ich als nächstes? Und ja, irgendwann geht es dann natürlich auch ins Battle rein. Das Ganze soll immer an den Wochenenden stattfinden. Also quasi so Raid-Wochenenden. Und hier sehen wir das jetzt mal, wenn es attackiert wird. Hier fällt mir auf, dass es immer so Felder sind. Also wenn hier jetzt gleich die Truppen geschickt werden, dann gehen darunter immer so Felder auf oder offen oder so highlighted. Ich nehme mal an, das ist das Territorial, was du dann schon dir prozentual erkämpft hast. Man sieht das hier jetzt gleich, wenn die ersten Truppen gesetzt werden, beziehungsweise dann auch durchgehen. Und das dann immer so ein bisschen was, ich will nicht sagen, vielleicht doch aufgedeckt wird oder erobert wird. Und da oben sehen wir diese Holz, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ich müsste jetzt nach Clash Royale reingehen, um zu gucken, wie diese Truppe denn heißt. Aber die gibt es ja auch ab und zu mal in Clash of Clans. Denn wenn so Events sind und so weiter, dann kann man die ja auch schon mal nehmen. Aber ihr seht das hier, hier kommt man dann prozentual immer so ein bisschen weiter. 38, 43 Prozent. Und bis man dann letztendlich den ersten Stern hat. Aber der Kollege hier, schafft er das noch? 46 Prozent. Und ihr seht dahinter, das Terrain wird dann immer so ein bisschen highlighted. Und das zählt jetzt. Und jetzt wird hier weiter angegriffen. Also ihr seht, das, was zerstört ist, ist zerstört. Und jetzt wird einfach weiter angegriffen. Und es startet auch bei 46 Prozent, wo er also aufgehört hat. Also der nächste Angriff findet hier letztendlich statt. Und eigentlich bis es dann down ist. Und je weiter natürlich deine Deskripte und deine Clanstadt aufgebaut ist, desto schwieriger wird das Ganze sicherlich auch zu halten, zu verteidigen. Und ich gehe da mal von aus, dass höher, schneller, weiter, desto mehr Medaillen bekommt man dann an so einem Raid-Wochenende. Und dann hat man ja in der Woche wieder Zeit, seine Stadt so ein bisschen auszubauen. Denn neben dieser Stadt gibt es natürlich noch das normale Spiel. Ja, keine Frage. Da will ich auch so ein bisschen dranbleiben mit euch. Also wundert euch nicht, wenn ich unter Umständen die Videos total durcheinanderbringe. Also mal so ein bisschen Clash of Clans. Ich sage mal Plane. Und dann letztendlich hier, was die Sneaks angeht. Also er ist hier in jedem Fall durch. Aber ihr seht das, allein was es hier an Videos gibt, ist es schon, es ist echt viel. Muss man mal so sagen. Es ist wirklich, wirklich viel. Achso, hier springe ich jetzt einfach mal in so eine Attacke rein. von der Indie Wizard Valley. Und also auch hier gibt es dann nochmal die Unterschiede. Ich weiß nicht, ob es unten dann immer die gleichen Truppen sind, die man eigentlich nur setzen kann und machen kann. Oder ob es dann später auch noch mehr gibt. Aber erstmal, ich denke mal, das reicht doch erstmal. Warum da gleich so viele finden? Oh, dann Megamine, okay. Das war es natürlich, alles klar. Ja, die Wizard Tower gefallen mir aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Aber ihr seht das immer, dass dieses Terrain darunter so gehighlighted ist. Und ich gehe mal davon aus, das ist dann auch das, was du quasi schon freigespielt hast hier. Und für die nächsten Angriffswellen, die das dann nicht nochmal machen müssen. Oh, der Rieser hält aber einiges raus hier. Der hält aber einiges weg. Aber jetzt ist er auch hier kaputt. Und dann hat man hier schon mal 25 Prozent geschafft. Und kann hier jetzt weiter angreifen. Die Zauber liegt da auch immer noch. Ja, ich weiß auch, das, was ich auch noch nicht weiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt automatisierte Kämpfe sind oder ob die jemand anstößt oder ob das jeder für sich selber macht. Da habe ich jetzt noch keine Ahnung, Leute, wie das Ganze vonstatten geht, wie das koordiniert werden kann. Oder ob es dort pro Person einen Angriff am Wochenende gibt oder zwei. Keine Ahnung, wie das Ganze laufen soll. Vielleicht haben das die anderen Content-Kreatoren schon etwas besser erklärt. Aber ich bin letztendlich da noch nicht so ganz hintergekommen, wie man den Clan hier jetzt in die Produktivität reinbekommt. Dass er das angegriffen wird, das verteidigt wird, das weiter ausgebaut wird und so weiter. Oder ob man da Sachen veranlassen kann, sodass man sagen kann, Member XY bitte Angriff im Raid machen. Und dann macht er das und dann setzen die anderen darauf auf. Also das Ganze ist für mich noch ein bisschen offen hier, was das Ganze angeht. Und dementsprechend lasse ich mich damit überraschen, was überhaupt auf uns zukommt. Ich glaube, dieser Überraschungseffekt ist sowieso das Beste. Hier hat er jetzt schon zwei Angriffe und hat das Dorf noch nicht down. Muss jetzt also noch ein bisschen was machen und kann immer dann da starten. Ihr habt das gerade gesehen. So ist das dann wahrscheinlich auch. Ich kann in dem Terrain starten, wo ich quasi was erobert habe und muss nicht immer von ganz unten loslaufen. Da seht ihr es. Jetzt kommt da der Riese rein. Ich nehme an, das ist irgendwie so eine Heilzauberpulle oder sowas. Und die Barbaren hier machen das. Und jetzt hat er das Dorf jetzt gleich wahrscheinlich dann auch auf drei Sterne gebracht. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob man noch einen vierten Angriff hat. Das sah mir jetzt immer so aus, als wenn man drei Angriffe hat. Und mit denen musst du halt klarkommen. Da musst du genau gucken, wo kann ich denn eigentlich jetzt weiter starten. Und das Ganze hat er jetzt auch hier auf 100 Prozent gebracht. Also so ganz schlüssig bin ich da noch nicht so geworden. Und hier ist nochmal ein Preview, wie das Ganze aussieht. Wizard Valley, ach nee, das ist Barbarencamp. Und da wollte er aber gar nicht rein. Er wollte eigentlich in die Wizard Valley. Und oben sieht man auch, dass das Ganze auch scheinbar levelbasierend ist. 35 sehe ich da links oben. Und mal sehen, kann man also auch noch wieder leveln. Also noch eine Clan-Level-Stufe oder so, keine Ahnung. Ich lasse das Ganze auch so ein bisschen erstmal auf mich wirken. Und ich fand es ja schon sehr, sehr, es ist wirklich, es ist unheimlich viel, was hier letztendlich präsentiert wird. Aber wie gesagt, das Rad ist nicht neu erfunden, Leute, finde ich jetzt. Kleiner, ich meine, das ist jetzt kein Kritikpunkt von mir oder sowas. Warum soll man die Räder auch neu erfinden, wenn sie schon in etwa da sind und in das Konzept reinpassen? So muss man es ja ganz klar sagen. Es sind neue Dinge dabei. Es sind bekannte Dinge dabei. Und man möchte den Spieler natürlich jetzt nicht super, super überfordern. Und ihr müsst immer an das Startalter denken dieses Spiels hier. Und da bleibt das immer noch ein Strategieaufbauspiel für recht junge Leute, so will ich es mal sagen. Und das war es aber noch nicht. Nee, wir haben hier noch mehr Leute. Guckt euch das an. Es ist wirklich der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Hier Level 1, der eigentlichen Clanstadt, der, ja, ich will mal sagen, so Hauptstadt. Die anderen Sachen waren ja, das sind die Distrikte davor, die man freigeschaltet haben muss. Und da ist der goldene Schlüssel für die Stadt. Und da oben gibt es noch einen Wellnessbereich, okay. Also ist es natürlich immer schick animiert hier und immer noch in diesem, ja, eigentlich altbewährten Format, was man hat. Aber vermutlich ist es doch schon ganz schön klein. Also man muss dann schon ein bisschen reinzoomen. Und das ist aber jetzt Ausbaustufe 1. Und das ist jetzt alles Level 1. Aber wir sehen jetzt auch, hier kann man dann verschiedene Sachen wählen. Beziehungsweise hier ist das Ganze jetzt im Ausbau. So sieht das Ganze also aus, wenn es ausgebaut wird. Kann, da ist natürlich auch jeder anders. Der eine wirft Gems ein, der andere wirft Geld ein. Oder halt Medaillen, die er verdient hat. Und eins will ich aber noch gucken mit euch. Nämlich einmal Max Level Preview. Also so schick sieht das Ganze dann in der Endausbaustufe aus. Und die Frage ist natürlich eigentlich dann, was kommt dann danach? Oder muss man es immer wieder aufbauen? Das ist ja so wie im Nachtdorf oder so wie im normalen Dorf. Wenn du einmal Max bist, kommt dann nichts mehr. Dann kommen nur noch die, sage ich mal, die Battles, die Raids. Und nichts mehr. Dann verdienst du wirklich nur noch Medaillen bis irgendwann mal. Oder muss man das jedes Mal neu aufbauen? Das interessiert mich jetzt auch. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wie das Ganze eigentlich laufen soll. Denn wenn man es ja einmal so hat, dann kann man natürlich immer mit anderen betteln. Und auch wie das vonstatten geht, weiß man ja letztendlich noch gar nicht, gegen wen man denn eigentlich spielt. Gibt es da auch wieder so eine Art Matchmaking oder Clan-Stadt-Ranking-Making? Irgendwas wird es ja sicherlich geben. Denn ansonsten hat das Ganze ja überhaupt keinen Ansporn. Also es muss ja irgendwo etwas geben, wo du jetzt sehen kannst, deine Erfolge auch sehen kannst. Also nicht nur deine Ausbauerfolge, ja, sondern auch deine, ja, letztendlich Verteidigungs- und Angriffserfolge. So will ich das jetzt mal betiteln. Also es ist, wie gesagt, unheimlich viel hier in diesem Update. Und dazu kommt dann, ich meine, Supercell setzt für uns Kreatoren dann auch noch einen drauf. Finde ich auch sehr, sehr gut. Es gibt dann auch hier sogar noch ein PDF. Das wird dann eigentlich, letztendlich ist das wahrscheinlich dann später ein Auszug aus dem Clash of Clans Blog. Das heißt also, hier wird genau erklärt, was ist das eigentlich, die Clan-Stadt, was sind die Clan-Stadt-Distrikte, was hat es damit auf sich. Und ihr seht das auch hier, dass es verschiedene Capital Peaks gibt. Also das Haus, die Halle und eigentlich das eigentliche Haus. Es gibt ohne Ende die Fences hier, was man letztendlich dann auch wieder leveln kann. Es gibt verschiedene Camps und wir haben hier aber am Ende noch so ein, zwei Sachen, die gestern, glaube ich, nicht mit benannt wurden. Und zwar, ja, das sind die Raid-Medaillen. Also es gibt ja zwei neue Währungen dort. Clan-Castle-Donations natürlich dann mit den neuen Medaillen. Und es gibt Balance-Changes, so ganz am Ende. Ja, also Level 12 Air Defense haben nochmal 50 Trefferpunkte, beziehungsweise doch Trefferpunkte draufbekommen. Von 1600 machen die jetzt 1650 Schaden. Die Level 4 suchende Air-Mine, suchende Luftmine, wurde ein bisschen aufgewertet auch, macht jetzt auch 2500. Ist sicherlich ganz interessant für die ganzen vielen Queen-Charges, die da so laufen. Und die defensiven Bilder, dort ist das Ganze auch angehoben worden, was sie jetzt an Heal-Points reparieren. Also auch das ist sicherlich sehr, sehr interessant. Und richtig nett ist natürlich eigentlich nicht, dass die Superdrachen, die DPS wurde etwas kleiner gemacht. Also von 414 auf 414, 448 auf 429, die war es für Level 8 und Level 9 genannt. Der Superdrachen attackt auch nicht mehr ganz so hart, sondern 0,5 Felder weniger. Und Level 4 bis 10 Unicorn-Heals ist auch nochmal ein wenig herabgesetzt worden. Also das Triple-Trappel-Trippel-Trippel-Pony heilt jetzt nicht mehr ganz so hart. Aber das sind jetzt auch nur wirklich ultraminimalen. Naja, hier hinten in diesem Bereich ist es dann schon recht viel. 68,70 zu 74,77 vorher. Mal sehen. Ja, aber wie gesagt, es ist eine unheimlich große Menge. Und ich will nicht sagen, dass mir das Ganze jetzt ein bisschen zu groß ist. Ist es sicherlich nicht. Also das Ganze ist noch für mich so halbwegs überschaubar. Und naja, so wie der Kollege hier unten guckt, so gucke ich eigentlich auch. Und ich würde sagen, ich mache sicherlich noch normale Folgen. Denn ich habe noch einiges jetzt im Dreh für euch. Aber da lasst euch einfach überraschen. Das ganz normale Clashen geht für mich ja auch weiter und für euch auch. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, dass ich das Format jetzt mal so übernommen habe. Denn das Ganze hier wirklich alles in eine Waagschale zu werfen, um euch jedes Gebäude zu erklären. Ich denke mal, dann sind wir an Livestream-ähnlichen Verhältnissen, was die Zeit angeht. Und so ist das Ganze erstmal ein bisschen fix erklärt. Vielleicht könnt ihr mir ja in die Kommentare auch reinschreiben, was ihr noch so wisst, rausgefunden habt, besser reingehört habt. Ich muss sicherlich das eine oder andere auch nochmal nachlesen oder einfach das Video nochmal ein paar Mal gucken, um es zu verstehen. Aber es kommt auf jeden Fall etwas Großes auf uns zu. Und da lassen wir uns mal überraschen, was dann noch weiterkommt. Ich will für euch auf jeden Fall am Ball bleiben. Ich hoffe, das gefällt euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt muss ich mal nochmal ganz, ganz tief Luft holen. Euer Toto Clashed. Euer Toto Clashed.